Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Unser Spiel gegen den VfL Wolfsburg ist ja nun schon wieder fast zwei Tage her. Trotzdem sprechen wir heute nochmal darüber, was gut war, was schlecht war und warum vor allem auch Rodrigo Salazar unseren Trainer Thomas Reis überrascht hat. Natürlich reden wir aber auch nochmal ganz genau darüber, wie denn nun die tabellarische Ausgangssituation ist, denn der Relegationsplatz ist nicht weit weg, obwohl wir eigentlich erneut zu wenig Punkte geholt haben, besser gesagt zwei Punkte eben verpasst haben bei dem Remis gegen Wolfsburg. All das und mehr heute bei den aktuellen Schalke News. Und wir legen natürlich erstmal los mit dem Blick zurück auf unser drittes 0 zu 0 in Folge am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg. Ihr habt ja gestern schon mein Fazit zum Spiel gehört, kurz und kompakt, und ich denke mal, wir alle sind uns einig, dass es sehr, sehr ärgerlich ist, in diesem Spiel nicht als Sieger vom Platz gegangen zu sein. Klar, es gab die Schiri-Entscheidungen, über die wir gleich nochmal etwas genauer sprechen, die natürlich nicht zu unseren Gunsten gelaufen sind, aber auch ansonsten hatte man vor allen Dingen auch selber so ein bisschen das Problem, dass man im letzten Drittel oftmals nicht zwingend genug war und auch deswegen den Sieg verpasst hat. Wir gehen auch nun nochmal die Stimmen durch von Thomas Reis und Co. und hören uns mal an, was ein paar Spieler, wie eben auch die beiden Trainer so dazu gesagt haben. Thomas Reis hat sich nämlich folgendermaßen geäußert. Ich habe wie schon in den vergangenen Wochen gesehen, dass die Mannschaft lebt. In Sachen Mentalität kann ich den Jungs nichts vorwerfen. Sie versuchen alles, kämpfen, beißen. Wir haben es insgesamt sehr ordentlich gemacht. Ich habe erneut eine tolle Mentalität in meiner Mannschaft gesehen, aber leider haben wir uns erneut nicht belohnt. In einigen Situationen ist das Spiel auch unglücklich für uns gelaufen. Es gab einige Szenen, mit denen ich nicht ganz einverstanden bin. In der Nachspielzeit hätten wir nochmal eine gute 1 gegen 1 Situation kreieren können. Aber der Schieße hat uns einen Vorteil genommen, weil er ein Vorland des Wolfsburgers gepfiffen hat, anstatt die Szene erstmal laufen zu lassen. In der ersten Hälfte hätten wir zudem einen Handelfmeter bekommen können. Wir wollen Tore schießen. Heute hat es einmal geklappt. Leider sind beide Treffer zurückgenommen worden. Ich finde trotz des dritten Nullzun hintereinander, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich möchte, dass die Mannschaft sich so weiter präsentiert. Aufgeben gibt es nicht. Wir werden unseren Weg weitergehen und uns dann auch dafür belohnen. Ähnlich sieht es auch unser Stürmer Michael Frey. Es war ein sehr intensives Spiel, in dem wir uns leider nicht mit 3 Punkten belohnen konnten. Deshalb bin ich sehr enttäuscht. Am Anfang hatten wir sicherlich ein bisschen Glück, weil Wolfsburg den Elfmeter an den Pfosten gesetzt hat. Aber danach waren wir die bessere Mannschaft und hatten unsere Möglichkeiten. Leider haben beide Treffer nicht gezählt. Das ist bitter, aber es bringt jetzt nichts, diese Situation nachzutrauern. Das gilt auch für die Szene, in der wir in der ersten Halse bei einem Handspiel von Sebastian Borno vielleicht einen Elfmeter hätten bekommen können. Wir nehmen diesen einen Punkt jetzt mit. Wir müssen uns das Glück weiterhin erarbeiten. Wir werden kein Stück nachlassen. Die nächste Aufgabe heißt Union Berlin. Da werden wir wieder gemeinsam mit unseren Fans alles geben. Und Ralf Herrmann, unsere Nummer 1, wurde auch nochmal ehrlich nach dem 0 zu 0. Wir sind enttäuscht. Und ich denke, das ist nach dem Spielverlauf auch nachzuvollziehen. In den vergangenen Spielen haben wir eine gute Entwicklung genommen, uns aber erneut nicht mit drei Punkten belohnen können. Wir haben gekämpft, haben alles gegeben und hätten einfach einen Sieg verdient gehabt. Zweimal lag der Ball im Tor. Beide Male war es leider abseits. Das ist bitter. Wir stecken den Kopf trotzdem nicht in den Sand, sondern geben weiterhin alles. Und ähnlich sieht das auch Maya Yoshida, der sich nochmal ausführlich dazu geäußert hat, dass es wirklich jetzt auch weitergeht, der Blick nach vorne geht und man eben auch gemeinsam die ganze Geschichte schaffen wird. Dass wir zum dritten Mal hintereinander keinen Gegentor kassiert haben, fühlt sich gut an. Das ist der Verdienst der gesamten Mannschaft. Und das ist in solch einer starken Liga wie der Bundesliga alles andere als selbstverständlich, so Yoshida. Andersrum schmerzt es allerdings, dass wir erneut nur einen Zähler holen konnten. Wir hätten wie schon in den beiden Spielen zuvor mehr als in den einen Punkt verdient gehabt. Aber am Ende musst du immer einfach die Tore schießen und auch das haben wir erneut nicht geschafft. Und wir waren ganz, ganz nah dran, diese Tore auch zu erzielen. Gleich zweimal haben nur Zentimeter gefehlt. So natürlich der Japaner mit Blick auf die beiden Treffer von Kral und Frey. Und gerade uns Fans hätte auch Yoshida eine Siegesfeier nach dem Pfiff, nach dem Abpfiff besser gesagt von Herzen gegönnt. Die Unterstützung war wieder einmal überragend. Ich kann das fast nicht in Worte fassen. Und den Ärger über die erneute Punkte Teilung gilt es nun aber auch eben schnell abzuschütteln. Es geht weiter. Der Blick geht nach vorn. Wir schaffen das. Wir haben noch 14 Spiele. Es sind noch viele Punkte zu vergeben. Und wenn wir weiterhin so auftreten, dann werden wir auch noch einige Zähler holen. Wir müssen das Positive mitnehmen. Weiter an uns glauben. Und deshalb geht es eben auch für unsere Mannschaft nächste Woche gegen Union Berlin darum, weiterhin so eine gute Leistung zu bringen. Auch wenn natürlich Berlin wirklich bisher eine starke Saison spielt. Aber auch dort können wir bestehen. Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Treten nach dem nicht zufriedenstellenden ersten Saisonteil von Spiel zu schwimmen, mehr selbst daran auf. Momentan fühlt es sich gut an auf dem Platz, sagt nochmal Maya Yoshida, der auch lobende Worte für seinen neuen Nebenmann in der Innenverteidigung findet. Moritz Jens bringt viele Qualitäten mit. Wir ergänzen uns gut. Und das ist sich gut ergänzen, haben wir auch gesehen. Maya Yoshida hat eben auch einen großen Anteil daran, dass wir gegen Wolfsburg zum dritten Mal in Folge die Null gehalten haben. War sowohl ja auf dem Boden als auch in der Luft eine wirkliche Bank. Und genau so wollen wir natürlich auch alle sehr, sehr gerne Yoshida weiterhin sehen. Und er wiederum hat auch nochmal Ralf Fährmann sehr gelobt. Er hat erneut stark gehalten. Ich freue mich für Ralle, da ich mich sehr gut mit ihm verstehe und weiß, was der FC Schalke 04 ihm bedeutet. Wann immer ich eine Frage zum Verein, den Fans oder der Stadt habe, wende ich mich an ihn, verrät Yoshida. Und er hat jedes Mal eine Antwort für mich. Ralle weiß einfach alles über Schalke. Und wie es mit Schalke weitergeht, hat auch mal Azuto Oshida, unser ehemaliger Spieler, gesagt. Denn er hat sich mal gegenüber dem Reviersport über den Chancen auf den Klassenhalt nach dem Spiel geäußert. Schalke gehört auf jeden Fall in die erste Bundesliga. Ich würde mir auch wünschen, dass sie den Klassenhalt schaffen. So wie sie gegen Wolfsburg uns letztes davor gespielt haben, macht das Hoffnung. Sie haben auch gut gekämpft. Aber es wird nun Zeit für den ersten Sieg. Das ist wichtig, damit sie in der Tabelle auch mal einen Sprung machen können. Und Yoshida, der lange auch nicht mal beim Spiel bei uns in der Arena war, hat auch nochmal die Stimmung gelobt, dass sie fantastisch war. Er kommt immer sehr, sehr gerne wieder zu uns. Und ich denke mal, daran merkt man auch nochmal mehr, was Schalke wirklich für viele ist, auch wenn es eben jetzt das dritte 0-0 in Folge gab. Thomas Reis hat sich auch danach nochmal über den Schiedsrichter geäußert. Das war ja Benjamin Brandt und mit ihm war er nach dem Spiel nicht wirklich zufrieden. Ich bin immer noch etwas erzündet mit der letzten Aktion. Wenn du jede Abseitsposition durchlaufen lässt, obwohl du von draußen siehst, dass der Spieler 5 Meter im Abseits war, aber dann in den Entscheidmomenten direkt abpfeifst, tut mir leid. Das geht nicht. Hat sich Reis nochmal bei The Zone nach dem Spiel lautstark aufgeregt, überbrannt, dass er eben die Szene mit Simon Terodde kurz vor Schluss einfach abgepfiffen hat. Thomas Reis hatte dann eine gelbe Karte kassiert. Auch da wurde er nochmal deutlich zu. Das ist ein Witz. Nochmal. Das ist eine Riesenmöglichkeit. Und im Nachhinein kriege ich sogar noch eine gelbe Karte und werde für den Fehler des Schiedsrichters bestraft. Hat Thomas Reis hier nochmal deutliche Worte gefunden. Aber auch hier gilt natürlich jetzt aufstehen, weitermachen. Auch jetzt bringt es eben nichts, sich über den Schiri und alles Weitere aufzuregen. Jetzt heißt es voller Fokus auf Union Berlin. Und diesen Fokus hat sicherlich auch Rodrigo Salazar. Der durfte ja gegen den VfL Wolfsburg endlich mal wieder von Anfang an ran, nachdem er gegen Gladbach 90 Minuten auf der Bank sitzen musste. Und das hat sich sicherlich auch ausgezahlt. Er hat gut gespielt und auch von Thomas Reis gab es nochmal lobende Worte, nachdem er zuvor darüber diskutiert wurde, ob denn mit Rodrigo Salazar die Defensive etwas wackeliger agieren wird. Er hatte seine Akzente und hat auch defensiv seine Aufgabe erfüllt. Wir haben nicht an Stabilität verloren, sogar noch offensiv ein spielerisches Element gewonnen. Trotzdem sagt natürlich auch Thomas Reis, dass es eben auch noch Steigerungspotenzial gibt. Da geht noch mehr, waren hier seine genauen Worte, aber trotzdem ist ihm auch für Thomas Reis klar, dass Rodrigo Salazar ein ganz wichtiger Spieler ist. Für ihn sei es nämlich auch schon früh klar gewesen, dass Salazar spielen wird. Ich habe doch immer gesagt, dass ich mit der Abwehr anfange, nachdem wir viele Gegentore bekommen haben. Jetzt steht die Abwehr besser und die Stabilität ist da. Deshalb wollten wir den nächsten Step gehen. Und dieser nächste Step kam eben auch mit Rodrigo Salazar und von dem war Thomas Reis auch durchaus überrascht, denn er hätte eben nicht gedacht, dass unser Zehner über die komplette Spieldauer durchhalten konnte und genau das hat ja Salazar geschafft. Du hast schon ständig gedacht, jetzt musst du wechseln, aber Rodrigo hat das Vertrauen in seinen Körper zurück. Das ist auch wichtig und ich persönlich war auch wirklich überrascht, dass Rodrigo Salazar durchgespielt hat. Klar, sein Impact war vielleicht auch am Ende des Spiels etwas geringer als noch zuvor, aber natürlich haben wir auch schon gesehen, unsere Stabilität war gegen eine sehr gute Wolfsburg-Mannschaft, was das Potenzial angeht und was die offensive Qualität angeht, auf jeden Fall weiterhin gegeben. Klar, der VfL hatte auch nicht den besten Tag erwischt, haben kein gutes Spiel gemacht bei uns, aber trotzdem war eben die Stabilität in der Defensive da, auch wenn man eben rein taktisch gesehen mit Salazar für Ballanta offensiver gespielt hat. Sicherlich für alle hier auf jeden Fall zufriedenstellen, dass das am Ende gut funktioniert hat. Natürlich ist klar, dass wir gegen Wolfsburg auch wie schon gegen Gladbach zwei Punkte haben liegen lassen, mit vier Punkten mehr auf dem Konto sehe es jetzt wirklich richtig gut aus im Abstiegskampf, aber trotzdem ist der Relegationsplatz tatsächlich nicht weit weg, denn auch wenn wir erst extrem schwache zwölf Punkte nach 20 Spielen geholt haben, robben wir uns so langsam richtig ran, denn unser Punkt gegen Wolfsburg am Freitag hat durchaus einen Wert, denn am gestrigen Samstag haben alle unsere Konkurrenten verloren. Bochum gegen Bayern mit 0 zu 3, Hoffenheim gegen Leverkusen mit 1 zu 3, Stuttgart gegen Freiburg, obwohl sie zwischendurch geführt haben und auch Augsburg hat gegen Mainz mit 1 zu 3 verloren. Bleibt nur noch für uns alle zu hoffen, dass heute unser Gegner aus der Vorwoche Gladbach einen etwas besseren Job macht als gegen uns und gegen die Hertha gewinnt, denn dann wäre man nur noch zwei Punkte hinter den Berlinern und eben auch noch nur noch vier Punkte weg vom Relegationsplatz 16 und das ist natürlich dann eine Ausgangslage für die vierten restlichen Spiele, die durchaus so ist, dass man es schaffen kann. Klar, wir sind uns alle einig, dass gegen Wolfsburg auch ein Sieg hätte herkommen müssen, das war auf jeden Fall ein Spiel, wo du eigentlich gewinnen musst, aber du hast eben auch gesehen, dass sich unsere Mannschaft entwickelt und wenn du eben jetzt noch die Tore machst, dann bin auch ich überzeugt davon, dass wir Spiele gewinnen werden und wenn du eben dann in Anführungszeichen nur vier Punkte Rückstand hast auf dem Relegationsplatz 16, dann ist das natürlich schon sehr, sehr gut und deswegen wäre es auf jeden Fall hier von Vorteil, wenn auch die Hertha heute Punkte liegen lassen würde, denn für uns geht es ja jetzt auch so richtig rund, klar, nächste Woche fährst du zur Union Berlin, das ist sicherlich mit das härteste Auswärtsspiel, da würde ich sogar spontan sagen, ist ein Punkt schon sehr, sehr viel wert und danach kommen halt wirklich die Spiele, wo du punkten musst, du spielst zu Hause gegen den VfB Stuttgart, du fährst zum VfL Bochum, dann ist revierter Weg gegen den BVB und dann fährst du nach Augsburg, danach ist Länderspielpause und diese fünf Spiele mal so kompakt zu nehmen, ist finde ich schon eine Phase, wo du dann auch Mitte März sehen wirst, wo du stehst und wo du im besten Fall eben auch eigentlich punktetechnisch auf dem Level sein musst mit Stuttgart, Hertha und Bochum, dann bist du auf jeden Fall dabei und deswegen sage ich, die letzten drei Spiele waren fort schon in Entwicklung, die drei Punkte haben durchaus einen Wert, die Defensive ist stabiler geworden, vorne muss aber ein bisschen mehr Qualität rein in die Abschlüsse, ins letzte Drittel und das wird sicherlich hoffentlich noch kommen und dann werden die nächsten Spiele, vor allen Dingen eben auch gegen Bochum, gegen Augsburg, gegen Stuttgart, unglaublich wichtig, da müssen dann auch wirklich die drei Punkte her. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen Schalke-News in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.